1,30 Wir werden in weniger als eine Minute online gehen hier bei Sportcamp Sportcamp 25 25 minus 1 Ja, mach ein bisschen lauter Ich bin zu hoch Wenn ich oben stehe, auch scheiße sieht man mich nicht mehr Ja, warte, dann stelle ich mich so hin, passt Ja, aber so geht's glaube ich Glaub schon Ja, Attacke So, erstmal Seid ihr schon alle da? Schubserfahrer, alle Teams hier? Alle Teams da? Dann wünsche ich euch erstmal herzlich willkommen hier zum 2. Bobica-Hindernis-Rennen hier in Degeloch Was macht ihr hier jetzt? Interview? Okay, macht mal weiter, pass Ja, ja Wir haben Wir haben noch ein bisschen Zeit Und zwar noch 15 Minuten Dann geht's bei uns hier live los mit dem ersten Team Und zwar In den Arsch gefickt Sven, wir sind jetzt live Wir sind jetzt live Bloß, dass du aufpasst Was du jetzt sagst Wir werden um 11 Uhr circa plus minus eine Minute anfangen mit dem ersten Renn-Duo Und zwar wird das sein Antenne 1 Racing Team Wo ist hier Applaus? Antenne 1 Racing Team fährt gegen die Regio TV Stars Um 11 Uhr Das erste Team Die können sich schon mal vorbereiten Dass wir pünktlich anfangen können Wir werden jetzt auch aus Sichtgründen die Strecke absperren Weil es wird sehr, sehr gefährlich werden Wir haben hier die Bob-Weltmeister Ex-Weltmeister Den russischen Kufengott Machata Die Ersten bereiten sich schon vor Die Ersten bereiten sich schon vor Bitte nicht verletzen Jetzt noch vorm Rennen Einen wunderschönen guten Morgen So, in wenigen Minuten geht's hier los Mit dem ersten Renn-Duo Hier Bei uns Bobbycar-Hindernisrennen Nummer 2 Zum Degerlocher Sommer Das Wetter macht Gott sei Dank mit Wir haben extra oben angerufen Wir müssen ab 11 Uhr fahren Da darf es nicht mehr regnen Das erste Team um 11 Uhr Die Antenne 1 Racing Team Dann haben wir noch die Regio TV All Stars Die werden als allererstes fahren Ihr könnt euch schon mal vorbereiten Antenne 1 und Regio TV Team Bitte schon mal vorbereiten Noch mal Zur Erklärung Das ist ein Bobbycar-Hindernisrennen Was zählt? Natürlich die Geschwindigkeit Aber nur zu 10% 90% ist Bobbycar Wie ist es umgebaut? Hat man sich Mühe gegeben oder nicht? Und wie Wie groß ist der Showfaktor Den hier unsere Probanden Unsere Rennfahrer Auf die Strecke legen Die Strecke ist ca. 60 65 Meter lang Und Die Feuerwehr ist da Wir haben Ärzte da Das Ärzteteam Gaggler ist da Also Kein Problem Sollte sich jemand verletzen Wir haben hier für alles gesorgt Um 11 Uhr Also in wenigen Minuten geht's los Bestimmt Sie haben auch alles im Bild Läuft alles Sehr schön So Das erste Rennen in ca. 9 Minuten Das ist ein Ja Das ist ein Florian Gaude Florian Gaude wird euch jetzt kurz die Strecke erklären. Für die, die es jetzt nicht wissen und nicht wissen wollen, wird Florian Gaude jetzt kurz die Strecke erklären. So. Okay Florian, let's go. Ja, also, Vorsicht, Herr Gaude, Florian wird jetzt kurz die Strecke erklären. Also, Start ist hier. Diese Zeit los, Jungs. Sie ist einfach hier. Also hier oben ist die Startrampe, hier oben befindet sich nebeneinander Rennfahrer, beide Auge in Auge, der Schubster dahinter. Und dann geht es los, die Startrampe runter. Es geht dann von der Startrampe, Idiot, genau, über diese Wippe. Von der Wippe geht es natürlich gleich weiter. Und dann fahren wir weiter durch das schöne Wunder, schöne Wasserbecken, nach dem Wasserbecken, über das Sandbett. Und dann durch die Darkzone, da fahre ich jetzt nicht durch. Und dahinter ist dann auch schon das Ziel. Jawohl. Also, natürlich zählt Geschwindigkeit aber nur zu 10%. Die anderen 90% ist Showfaktor. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Natürlich auch, dass sich keiner verletzt. Auch klar. Dann würde ich sagen, bitte die zwei ersten Teams auf die Startposition, bitte. In 5 Minuten geht es los. Antenne, Antenne 1 Team, bitte. Und Regio TV All Stars. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, die Jury, ja, Safety Car. Die Jury schaut sich jetzt schon mal die Rennbullieden an. Der Nachwuchs wird gerade trainiert. Unser Kleingeggeler. Kleingeggeler, ist im Training. Fabi, stell es auf die Seite einfach hin. So, also, wer seid, also, jetzt Moment. Wer seid, wer seid denn ihr? Man sieht es nicht, ihr habt die Karten falsch rum. Regio TV. Ah, Regio TV. Wer ist Fahrer? Du bist Fahrer, er ist Schubser, okay. Thomas Gottschalk und Jogi Löw, sehr schön. So. Vorsicht, alle von der Strecke, bitte, die nichts auf der Strecke zu suchen haben. In 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten. Ja. Noch mal zur Erklärung. Der Schubser muss die ganze Strecke schubsen. Ihr müsst beide ins Ziel kommen. Verliert der Schubser hier irgendwelche Gliedmaßen, muss der Rennfahrer den Schubser mitnehmen mit Fahrzeug durchs Ziel. Das heißt, ihr müsst zu dritt ins Ziel kommen. Gefährt, Schubser und Rennfahrer. Das ist wichtig. Der Schubser schubst nicht nur an, der begleitet den Rennfahrer bis zum Ende. Ihr habt auch die Option frei. Falls der Rennfahrer sich schwer verletzt, könnt ihr austauschen. Dann kann der Rennfahrer schubsen und der Schubser fahren. Das ist die größte Kette. Katrin? Ah, da oben, alles klar. Ja. Was, du hörst mich nicht. Nein, was, du hörst mich nicht. Jetzt, okay. In 4 Minuten. Also scheiße. Fritz. Fritz. Du hast, hm? Ja, alle durch. Schubser durch, alle durch, komplett. Fritz. Fritz, hast du die Stoppuhren parat? Ja. Nimm es mit. Ja. So, gleich geht's los. Die Jury ist noch am Auswerten für die erste Runde. So. Zwei Minuten. Countdown läuft. Ja. So, jetzt Vorsicht bitte hier auf der Rennstrecke. Bitte auf der Rennstrecke alle kurz Platz machen. Kesici und Frau Kutscher, bitte auf eure Plätze. Vorsicht. Oh, der Kameramann lebt gefährlich. So. Und ich möchte die Zuschauer bitten, alle Zuschauer bitte. Ihr dürft alle schreien, jubeln, klatschen, richtig Vollgas geben. Dankeschön. So, Jungs. Macht euch bereit. Wenige Sekunden geht's los. Vorsicht, alle bitte aus der... Aus der... Okay. Also, Opa Fritz, bereit? Drei, zwei, eins, gooo! Alter Schwede. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Runter, Kopf runter. Scheiße. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Attacke. Das erste Team hat's gerade noch so überlebt. Das erste Team hat's gerade noch so überlebt. Kamera, Kamera, ich hab da was. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Jetzt machen wir gleich weiter. Und zwar mit den Construction Heroes. Team Nummer zwei, Construction Heroes. Wo sind die Jungs? Construction Heroes. Bitte bereit machen. Und Vape Tastic. Vape Tastic fährt als nächstes. Construction Heroes und Vape Tastic. Bitte bereit machen. Hier ist was los. Vape Tastic und die Construction Heroes. Jetzt an den Start. Und auf einmal. So, die zwei Nächsten stehen schon bereit. Wir haben hier noch ein bisschen Müll auf der Strecke liegen, weil ich noch kurz einen Schluck zu trinken kann. So, die sind hier immer mit dieser Rückkopplung. So, sobald die jetzt hier unten fertig sind mit dem Interview, ich glaube wir können, jawohl, wir können, ja, sieht ganz gut aus. So, die werden schon weggehen. Opa Fritz, bereit? Okay, ich lasse runter jetzt. Ich lasse die runter, Flo, gell? Also, drei, zwei, eins, go! Alter, verdammte Scheiße. Aufpassen hier. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, wir hatten gewonnen. Ich muss es nicht so irgendwie fallen lassen. Und das lebt nicht. Aber die Achsen haben wieder ausgehalten. Ich lasse fallen, oder? Nein, bleibt das warm. So. So, Angermeyer 1 gegen den Mickey Mouse Club. Angermeyer 1 gegen den Mickey Mouse Club. Mickey Mouse Club bitte noch an die Startrampe. Sehr geil gemacht. Das muss aber die nächste Runde noch aushalten, eventuell. So, Angermeyer 1 gegen den Mickey Mouse Club. Angermeyer 1. Noch, ja? So, jetzt mal ein bisschen anfeuern hier. Das ist unser Angermeyer 1 Team gegen den Mickey Mouse Club. Außerdem habe ich gehört, gibt es heute unten beim Angermeyer ein kleines Fest im Laden. Also wer noch Lust hat, kann da gerne nachher noch vorbeischauen. Die haben bis 18 Uhr geöffnet, heute unten beim Angermeyer in der Stadt. Und mit dabei ist natürlich nicht zu vergessen, die Yves hat die beiden Teams trainiert. Angermeyer 1 und 2, vier Wochen lang wurden sie von Yves trainiert. Und ich werde euch jetzt, glaube ich, runterlassen. Vorsicht, aufgepasst, ich zähle runter. Drei, zwei, eins, go! Scheiße. Ich ziehe gerettet. Ich ziehe gerettet. Oh, gerade so. Ist alles noch heil? Alles noch heil. Ich ziehe meine Hunde noch. Hauber. Hauber. Wer hat wohl noch? Angermeyer 1. Ja, aber bitte. Ja, aber bitte. So. Angermeyer 1. Ganz knapp gewonnen. Ganz knapp gewonnen. Angermeyer 1. Oh. So. Dann haben wir hier jetzt noch Lightweight Baby. Die nächsten Teams. Gegen DJ Robin featuring Ötzi. Lightweight Baby gegen DJ Robin featuring DJ Ötzi. Sehr geil gemacht. Jetzt anfeuern. Seid ihr bereit? Nur kurz noch zur Erklärung. Diese zwei Jungs, also die zwei Links, sind etwas größer wie normal. Ich glaube auch im Bobsport haben die beiden mal angefangen. Mittlerweile im American Football. Oh, ich finde es so recht gefährlich. Teams, seid ihr bereit? Eintritt? Und jetzt anfeuern. Drei, zwei, eins, go! So eigentlich fast disqualifiziert Warum piepst denn das? So jetzt geht's oh jetzt wird's heiß Mädels Und zwar haben wir jetzt den Angermeyer 2 Team Das Angermeyer 2 Team Wo ist denn dann hier? The MA Team Wo sind denn die? Das MA Team brauchen wir noch Kommt Sehr schön Nur ganz kurz Hört ganz kurz zu Diese Jungs Diese Jungs sind unsere Bob-Weltmeister Vom Vierer Bob Der Ex-Weltmeister fährt Und der jetzige momentane Weltmeister Johannes Lochner schiebt an Oh 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 no noch mal ihr dürft ruhig anfeuern abmeyer zwei gegen das ich glaube fließen leger ihr seid fließen leger fließen leger okay ich glaube wir sind bereit vorsicht kinder unten vorsicht ich zähl runter 321 ich glaube dass die angemeyer zwei haus hoch gewonnen sehr schön die nächsten teams der trödel trupp der trödel trupp bitte an den start und lbk 14 19 ich glaube das ist die feuerwehr die feuerwehr also kannst du nicht trinken ja 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 warte mal naja fehlt aber noch einiges so jetzt kommt die feuerwehr wir sind relativ relativ gut in der zeit richtig gut in der zeit so dann wollen wir mal die nächste wir sind relativ relativ gut in der zeit richtig gut in der zeit so dann wollen wir mal die nächste und den letzten loslassen hier aufgepasst 321 Eins, gooo! Hart gekämpft die Feuerwehr und gewonnen. Fetten Applaus für die Feuerwehr. In voller Montur, leckt mich am Arsch. Ja, die Gekkelers. Ja, die Gekkelers kommen. Die Gekkelers kommen. Ja. So. Nochmal ein ganz besonderer Gast heute hier. Fahrer und Schubser. Unsere Beauty Queen Betty mit ihrem Mann, dem Beauty-Doc Olli Gekkeller. Nehmen wir mal. Super, danke. Sven, willst du vielleicht noch etwas erzählen zum Herrn Gekkeller? Wer er ist, woher man ihn kennt aus Funk und Fernsehen? Jetzt nicht mehr, genau. Plötzlich reich, plötzlich arm. NTV Deluxe und viele weitere Formate. War Herr Gekkeller schon tätig. Und das Schöne hier dabei ist, dass die Betty schubst. Und der faule Oliver einfach nur auf dem Renngerät sitzt. Schwester, Schwester Bettina bitte auf die 17. Gold Run 19, bitte auf die Startrampe. Startrampe. Wo ist das Gold Run Team? Gold Run kommt schon. Gold Run kommt, jawohl. Gold Run Team, hier gesponsert von Mark Wenger, der heute Geburtstag hat. Yippa. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Mark Wenger hat heute Geburtstag und war es sich nicht zu schade hierher zu kommen, um bei dieser Mega-Veranstaltung mitzumachen. Dankeschön nochmal an Mark Wenger. Das Bobbycar muss noch her, jawohl. So. Dr. Gekkeller aus Reitlingen mit seinem gepimpten Bobbycar. Mit seinem sexy Bobbycar, muss er fast sagen. Sexy Bobbycar, ja sexy Bobbycar. Hallo. Das ist Fairness. Genau. Immer fair bleiben. Ach du Scheiße. Ohhhh. Ihr müsst aber auch atmen. Das ist wichtig. Ach du Scheiße. Das hilft. Also, man muss echt sagen, nochmal, nochmal an alle, die haben sich so viel Mühe gegeben, ihre Bobbycars umzubauen, einfach mega. Absolut. Richtig geil. Und man muss ja dazu sagen, wir haben Leute, die extra aus München hierher fahren und von JWD her kommen, nur um hier Performance auf dieser Strecke zu machen. Also schon richtig eine geile Leistung. Sehr, sehr geil. Also nochmal ganz großes Lob an alle Teams. Mega geil getunt und es geht gleich weiter. Ist die Jury soweit? Jury? Ist die Jury soweit? Ja. Gut. Opa Fritz ist auch bereit. Fahrer, seid ihr bereit? Sehr schön. Ich zähl runter. Ja. Ah, ey. War noch nicht soweit. War noch nicht soweit. War noch nicht soweit. Drei. Zwei. Eins. Go. Du Scheiße. Anfeuern! Anfeuern! Alter Schwede! Das war knapp. Das war richtig... Boah! Oli hat won. Oli ist... Oli im Bett im Wunsch. Ja. Boah, leck mich am Arsch. Boah! Ja, ja. Ein super Rennen von... Von beiden Teams. Mega gemacht. Leck mich am Arsch. Boah! Ja, ja. Ein super Rennen von... Boah! Jetzt geht's schon Schlag auf Schlag weiter hier bei uns. Und zwar mit dem nächsten Teams. Und zwar... DB Naturstein Art. Und das Germania Renn-Team. Wup! Wup! The Boobs Brothers sind doch erst nachher dran. Zu früh. Zu früh. DB Naturstein. Und... Germania Renn-Team, bitte. Vielen Dank. Ich habe gesehen, wie du aktiv beim Doktor mitgeschraubst. So, wir müssen auch mal kurz was trinken. Meine lieben Gäste und Zuschauer, gefällt es euch denn? Ist lustig? Dann möchte ich mal was hören von euch. Bei den nächsten Rennen hier ein bisschen anfeuern. So, weiter geht es hier mit DB Naturstein. Naturstein, was macht ihr? Bäder, alles. Garten, alles. Okay. Und das Germania Rennteam, was macht ihr? Ihr macht auch alles. Mega. Sau geil. Moment, die Strecke ist noch belegt. Sehr schöner Doktor. Dankeschön. Seid ihr bereit? Moment mal. Ist, 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 ah okay, alles klar. Da ist noch ein Bobby Car verbaut. So, und zwar geht es los bei drei, zwei, eins. Go. Gas, Gas, Gas. Also, das Bobby Car, das, was als zweites rein ist, ist ja abnormal umgebaut worden. Aber es hat jetzt nichts geholfen an der Performance. Bisschen zu wenig Gas gegeben. Dann geht es gleich weiter. Jetzt kommen die Boops Brothers von der Ostalbra gegen der BCV Racer. Jetzt an den Start, bitte. Genau. Man muss erzählen, BCSV Racer, das ist der Bobby Car Sportverband. Der hat hier unten seinen Stand. Bobby Car Sportverband. Ja, okay. Ihr seid überhaupt nicht irgendwie hier für ein spezielles Team. Nein, mal zusagen. Bobby Car Sportverband. Schau dir mal, schau dir mal, schau dir mal, schau dir mal, schau dir mal das Ding an. Das ist doch kein Bobby Car mehr, oder? Leck mich. So. Die letzten aus der ersten Rennrunde. Also nochmal zur Erklärung. Es fährt hier der Bobby Car Sportverband. Bobby Car Sportverband ist bekannt von diesen Bobby Car Rennen deutschlandweit, die den Berg runter gehen. Da geht es nur um Geschwindigkeit. Das ist jetzt für die Gruppe von BCVS eine Herausforderung, weil wir hier auf der Ebene sind. Ganz andere Anforderungen. Hier geht es nicht nur um Zeit. Hier geht es um Tuning und um Performance, was sie hier auf der Schaubühne machen. Und die treten an gegen die Boops Brothers aus Ostalp. Dann würde ich sagen, die Bahn ist frei. Seid ihr bereit, oder? Gut. Aufgepasst. Drei, zwei, eins, go! Ja, viel Schreien hilft nicht viel. Aber an seiner Stelle hat es uns geholfen, glaube ich. Ich glaube, die Ostalp-Jungs haben gewonnen. Ja, die haben gewonnen. So, das war's für die erste Runde. Wir müssen jetzt natürlich auswerten. Beziehungsweise die Jury wertet jetzt aus, wer weiterkommt. Ja, du sowieso. Und in wenigen Minuten, also wir machen jetzt eine kleine Pause für die Jury. Die werden jetzt auswerten. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Und ich denke mal, in einer halben Stunde oder so geht es dann wieder los. Vielen Dank. 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 Es kommt noch mehr, wir haben noch mehr, wir haben noch mehr. Ja, unsere liebe Katrin verteilt hier noch ein bisschen was. Ja, genau. So, das sind Autopflegeprodukte von unserem Sponsor Liquid Elements. Danke nochmal. Danke nochmal an Sebastian Schäfer und sein Team. Ja. Ja, ich habe hier noch ein Handy. So, wo ist denn Marc Wenger, wo bist du jetzt? So, wo ist denn Marc Wenger, wo bist denn du jetzt? Ist er wieder abgehauen? Wo ist er? Marc? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So, die Auswerten, da ist er. So, die Auswertung läuft jetzt noch. Und ich denke mal, in 20 Minuten geht es weiter mit der nächsten Rennserie. Dann schauen wir auch, wer weiter ist. Vielen Dank. 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 Und... Und... Team... und... ... 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 rauch sieht man jetzt auch nicht sind sie beide angekommen die sind angekommen okay dann haben wir noch jetzt das letzte team für diese wertung und zwar das ma team ma-team bitte an den start und dj robin featuring dj ötzi jetzt geht's los das ma-team gegen dj robin ist ein bisschen rutschig jetzt genau er darf alles ihr dürft alles machen ihr dürft klatschen ihr dürft das wetter macht auch mit so ihr dürft anfeuern ihr dürft anfeuern ihr dürft anfeuern jetzt drei zwei eins go das ma-team knapp gewonnen diesen fight aber nur ganz knapp das war jetzt der letzte lauf von der zweiten runde wir werden jetzt noch mal eine auswertung machen wer ins finale kommt wir brauchen jetzt noch ganz kurz zeit um die nächste auswertung durchzuführen die jury wird sich jetzt noch mal beraten wer denn weiterkommt ja bitte hat ja so das nächste mal holen wir uns den kfz mechaniker ganz viele kreis die frauen hier aus diesem dinge hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, klar. So. Jetzt wird die Feuerwehr gegen das Zeitlosteam fahren. Vielen Dank. So, die Feuerwehr macht sich bereit. Das Team Zeitlos ist, denke ich mal, auch soweit. Ja, ja, wir können, wegen mir geht's los. Wir können drauf. Eine Minute noch, eine Minute noch. Eine Minute noch. Ein, mehr, 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 mehr. Ein, mehr, mehr. Ja, das Team Zeitlos möchte noch jetzt hier mit Einlaufmusik, ja. Ja. Ja, die stehen da jetzt. So, das Team Zeitlos gegen die Dägerlocher Feuerwehr. Jahre, ja. Ja. So. I, ja, ja. So. Aufgepasst. Wir haben trainiert, wir sind hier, wir sind hier, wir haben trainiert, zeitlos, seid ihr bereit? Zeitlos, 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 2, 2, 1, go! Zeitlos, Alter Schwede, Helm verloren, alles kaputt hier. Ei, 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 ei! So, DB Naturstein, seid ihr noch da? DB Naturstein Team bitte an den, oder auf den Startplatz zur Startrampe. Okay, gegen die Boops Brothers. Auf geht's! Ei, 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 ei! Jetzt geht es hier. Also, das ist schon das kleine Finale, das kleine Finale, zuhören, zuhören, das ist das gleiche Finale, also das kleine Finale, es geht jetzt um Platz 3. Ja, okay, das kleine Finale jetzt. Laut Florian Gauder werden wir jetzt den Platz 3 rausfahren, richtig? Ja, genau, ja. So, seid ihr bereit? Ihr seid bereit? Aufgepasst! Vorsicht! Antenne 1, Vorsicht! Ja, fahrt den über den Haufen, ist egal. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go! Also, mich wundert's, dass sich hier heute noch keiner großartig verletzt hat, aber es sind ja alle durchtrainiert. Ja! Eieieiei! Aber es haben alle überlebt. so mir werden jetzt platz 3 aus und dann gibt es noch ein finalrennen ein finalrennen wird es jetzt noch geben wir werden jetzt platz drei aus und dann haben wir noch einen final auf platz eins und zwei so wir werden jetzt platz drei aus momentan und dann wird es noch einen final aufgeben ein so Die Werten, die Werten. Die Werten, die Werten. Die Werten, die Werten, die Werten. Die Werten, die Werten, die Werten. Die Werten, die Werten. Die Werten, die Werten, die Werten. Die Werten, die Werten. Die Werten, die Werten. In wenigen Sekunden wird es jetzt hier den Finallauf geben. Ich bitte die Kinder, bitte hinter die Absperrung. Bitte hinter die Absperrung, Schatz. Die Werten, die Werten, die Werten, die Werten ist. Ja, die sind ein bisschen komisch. Aufpassen hier, gell? Aufpassen hier, weil die fahren bestimmt ein bisschen wild. Olli, kommst du? Ja. Der Herr Doktor ist ja für Spritzen zuständig. Für Spritzen, aber ich würde geh hinter und zauen, weil die fahren ja die Haxen weg. Ach so, okay. Okay, also. Jetzt, ich wünsche mir was von euch. Das ist jetzt der Finallauf, ja. Um die Plätze 1, 2 und 3. Ich möchte euch bitte anfeuern hören. Ja, das ist der letzte Lauf. So, ich geh mal hier hin. Aufgepasst. 3, 2, 1, go! Oh! Ja, 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 ja! Alle ist es schon. Oh, der ist voll. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja! Spannende Musik Ja, das war das Bobbycar-Internet-Rennen in Degerloch zum Degerlocher Sommer. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Wir machen jetzt noch die Siegerehrung und schauen mal, wer gewonnen hat. Ich bin durch. Vor die Leife. Ich bin durch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.